Viparitta Virabhadrasana ist die umgekehrte Heldinnenstellung. Vivian zeigt, wie es geht. Diese Stellung hat wie die normale Virabhadrasana einen rechten Winkel im vorderen Bein, Oberschenkel parallel zum Boden. Aber im Unterschied zu normaler Virabhadrasana beugst du dich nach hinten und dadurch ist es Viparitta Virabhadrasana, man könnte auch sagen, die umgekehrte gute Heldinnenstellung.